Neulich im Weltraum Guten Morgen Maus und Elefant Guten Morgen liebe Maus Zuschauer Ihr fragt euch jetzt sicherlich wo ihr gerade seid Ihr seid bei uns auf der internationalen Raumstation und zwar in meiner Schlafkabine Hier ist der Schlafsack von der Maus, vom Elefanten und von mir und hier schlafen wir jede Nacht Ihr fragt euch sicher, Raumstation ist man da nicht schwerelos? Wie ist denn das in der Schwerelosigkeit zu schlafen? Ist tatsächlich so, ich bin hier schwerelos in meinem Schlafsack und das ist eigentlich ganz gemütlich Es gibt kein oben und kein unten Man muss sich auch nicht auf die Seite drehen Und ja, das ist eigentlich schlafe ich relativ gut hier Die Maus und der Elefant, die sagen dasselbe Hier haben wir einen eigenen kleinen Schlafsack Und tatsächlich, manchmal wenn man aufwacht und nicht weiß so recht wo man ist und es vielleicht nicht glauben kann, dass wir gerade im Weltraum sind Dann muss man einfach nur was vor sich schweben lassen Und dann sieht man schon tatsächlich, wir sind hier im Weltraum Und wir zeigen euch jetzt heute einfach mal wie so ein Tag im Weltraum auf der Raumstation ist für Astronauten, Mäuse und Elefanten So, jetzt sind wir gerade aufgestanden Die Maus, der Elefant und ich Und das Erste, was wir jetzt natürlich brauchen Ist erstmal ein ordentliches Frühstück Und dafür haben wir hier auf der Raumstation im Knoten 1 jede Menge Auswahl Für jedes verschiedene Essen gibt es hier einen Container So eine Kiste Und das hier ist die Kiste für Frühstück Die muss 10 Tage lang reichen Das heißt, wir haben hier drin für 10 Tage lang Frühstück Für Serena und mich, weil wir im Moment gerade zu zweit hier nur sind Und da tue ich mir dann einfach was richtig Leckeres raus Zum Beispiel Cornflakes Heute gibt es Cornflakes Die sind jetzt natürlich noch trocken Wenn ich die hier aufmache Das seht ihr Das ist ein ganz trockener Cornflakes So kann man die natürlich nicht essen Deswegen müssen wir die jetzt erstmal mit Wasser auffüllen Und noch dazu Ich glaube ich mache ich mir einen Tee Tee gibt es in diesem Container Kaffee gibt es auch Ja, aber heute möchte ich lieber Tee Zitronentee Mit einem Löffel Zucker So, das ist der Zitronentee Sieht auch noch nicht so richtig ganz trinkfertig aus Aber das kriegen wir hin So, den Beutel stecke ich jetzt hier drauf Dann muss ich hier einstellen, wie viel Wasser ich rein will Ich stelle es jetzt hier einfach mal auf 175 Milliliter Dann mache ich den Sicherheitsschalter an Und dann drücke ich einfach nur auf Heißwasser So, und jetzt pumpt das Gerät 175 Milliliter heißes Wasser in den Teebeutel Das ist ungefähr so ein mittelgroßes Glas Wasser So Und wir brauchen noch einen Strohhalm Der ist hier drin Der kommt hier drauf Und Und schon ist der Tee fertig Und Wetten, das könnt ihr mit eurem Tee zuhause nicht Ich hoffe, ich verbrenne mir jetzt nicht die Zunge Ah Ah Ordentlich heiß So, zu den Cornflakes Da müssen wir jetzt auch Wasser rein kriegen Also Stecken wir es hier drauf Stellen 50 Milliliter ein Sicherheitsschalter an Und Einmal auf Kaltwasser Und jetzt Fließt hier tatsächlich Das Wasser rein Die Cornflakes muss man schnell essen Sonst werden die weich Deswegen schneide ich jetzt das Gefäß hier auf Das ist manchmal nicht so ganz einfach Weil die Milch sofort rauskommen wird Und Der berühmte Weltraumlöffel Der Alle zwei Wochen Verloren geht So Ich habe Kekse gefunden Und Ihr seht schon Das ist total wichtig im Weltraum Wenn man viele Dinge hat Die man zur gleichen Zeit Benutzen muss Dann muss man immer schauen Dass nicht eins davon wegfliegt Und das heißt Die meisten Sachen Die haben so einen kleinen Klettverschluss Dann können wir die Sachen Hier an den Tisch hin kletten Und Jetzt probieren wir mal Ob der Elefant Und Gerne Kekse mag Ja Die Maus Ja Und wie ihr wisst Ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen Beim Zähneputzen Das kurz wird bei mir schlagen Warum? Weil ich es kann Was macht Das ist eine meiner Lieblingsbeschicksche Der Die 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 So, das war's für mich, aber jetzt sind unsere beiden Freunde dran. So, Staubsauger an, Atmeider an. So, jetzt ist die Maus dran, die Schnurrbarthaare, die lassen wir dran. Nicht so schlecht, oder? Das hier ist das Columbus-Labor. Das ist das Forschungslabor, in dem die Maus, der Elefant und ich unsere Experimente durchführen. Das hier sieht ja immer so ein bisschen unaufgeräumt aus. Das ist aber nicht wirklich so, sondern das liegt daran, dass hier so viele Experimente sind, dass wir gar nicht mehr wissen, wohin damit. Das heißt, hinter jedem Kabel, hinter jeder Klappe versteckt sich ein eigenes wissenschaftliches Experiment. Das ist echt richtig spannend. Halt, hier geht's rum. So, jetzt sind wir hier in der Cupola, meinem Lieblingsmodul auf der Internationalen Raumstation. Ich glaube, man kann schon ganz gut erkennen, warum das hier der Lieblingsort aller Astronauten ist. Man hat hier eine grandiose Aussicht. Ringsum sieht man einfach nur die Erde und wie wir drüber hinwegziehen. Unter uns ziehen die Wolken vorbei, die Kontinente, die Länder. Und alles, was man als Kind, als ganz groß kennt, ist da unten winzig klein. Und auch die Atmosphäre, die ja, wenn man auf der Erde wohnt, das ist ja die Luft, die um uns rum ist, die fühlt sich ja unendlich groß an. Als ob man nach oben schauen könnte und da hoch fliegen könnte mit einem Flugzeug und immer weiter fliegen und dass die nie aufhört. Aber in Wirklichkeit, und das sieht man von hier oben, das ist nur dieser winzig kleine blaue Streifen, den ihr da am Horizont sieht. Der ist hauchdünn. Nur das ist unsere Atmosphäre. Weiter draußen gibt es keine Luft mehr. Da gibt es nichts zum Atmen. Da kann Leben nicht existieren. Das heißt, Leben ist nur möglich in diesem kleinen, winzig kleinen blauen Streifen, den wir da am Horizont sehen. Und von hier aus, ehrlich, der sieht so aus, als ob ich den mit einem Puster wegpusten könnte. Und deshalb machen sich viele Astronauten schon ganz schön Sorgen um unsere Erde. Wenn man das von oben sieht, dann denkt man manchmal, was machen denn die Menschen da unten mit diesem Planeten. Man kann sehen, dass die Wälder roden. Vom Amazonaswald ist schon ganz viel weg. Man kann sehen, dass wir Menschen Abgase in die Luft blasen. Das sind ganz dichte Smogwolken. Das ist so ein dunkler Nebel, der über ganz vielen Städten zu sehen ist. Das kommt von Abgasen, von Autoabgasen, von Abgasen von Fabriken. Und wir fragen uns, warum machen wir Menschen denn sowas? Von hier oben sieht das nicht aus wie eine gute Idee. Ich hoffe, ihr habt einen richtig guten Eindruck davon bekommen, wie das Leben auf einer Raumstation so ist. Für Astronauten, für Mäuse und Elefanten. Ihr seht, den beiden geht es gut. Mir auch. Und ich freue mich sehr, euch bald wieder zu sehen auf diesem schönen blauen Planeten. Bis bald und macht's gut. Bis bald dann! était Untertitelung des ZDF, 2020